Was verloren? Darf ich raten? Amon County Sheriff's Department. Sheriff Wilkins. Ist mir ein Vergnügen. Detective Lopez. Remingham PD. Haben Sie die Bezirksgrenze übersehen? Ich suche nach Antworten im Fall Dodd. Haben Sie welche für mich? Wissen Sie etwas über das Mädchen mit dem Pentagramm auf dem Rücken? May? Wir gehen der Sache nach. Ich würde gern zu Ihrer Familie. Die Eltern müssten inzwischen halb verrückt vor Sorge sein. Wer tut sowas? Sie sind der Detective. Sagen Sie es mir. Das kann ich erst, wenn ich bei Ihrer Familie war. Ist es nicht eigenartig, dass niemand eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat? Die Leute leben hier in Glauben. Vielleicht denken Sie, wenn es so sein soll, wird sie schon nach Hause kommen. Schon möglich. Aber befragen will ich Sie dennoch. Wir machen es so. Ich übernehme das für Sie. Sie lassen mir Ihre Fragen zukommen und ich Ihrem Käpt'n die Antworten.